Also hallo und willkommen zum Unboxing dieser Kameran. Das ist die Panasonic HCW570. Die hat Twin-Kamera-Modus, Full HD und ja, es gab ein kleines Problem beim Kaufen. Das sagt jetzt euch mal der Kameramann. Und zwar haben wir hier so ein Zettelchen. Naja, das ist wie immer in so einem größeren Markt unserer Wahl. Da gibt es ja nur zwei, also wir nehmen den mit den orangenen Buchstaben und den roten. Und da ist es jetzt schon mehrfach passiert, dass wenn man dort im Internet einen Preis hat, den auch in der Filiale verfügbar hat, dass man zum Beispiel in der Filiale dann echt deutlich mehr bezahlt. Also in diesem Fall waren es 10 Euro. Für die 10 Euro kriegt man schon eine Speicherkarte. Ich finde es halt ein bisschen ärgerlich, wenn man dann halt immer erst zur Kasse geht und dann halt festzustellen, dass einfach der Preis in der Filiale mal in diesem Fall 10 Euro teurer war, als der Preis, den wir eigentlich im Internet bei dem gleichen Hersteller bzw. Händler recherchiert haben. Wie gesagt, wir hatten das schon mal. Das war irgendwie eine externe Festplatte. Die hat dann auch 15 Euro mehr gekostet als der Angebotspreis des Händlers im Internet. Also kann ich im Prinzip nur davor warnen. Immer erst im Internet recherchieren, gucken, was das Ding wirklich kostet und dann gegebenenfalls auch sein Recht als Verbraucher einzufordern und das dann für den Internetpreis an der Kasse dann tatsächlich zu zahlen. So, und jetzt darf mein Kollege vor der Kamera weitermachen. So, also wir packen jetzt das schöne Ding aus. Hier jetzt mal hier oben aufmachen. Wie immer halt tausend vielsprachige Anleitungen. Schön verpackt. Diese Kamera wird für Windows und Mac. Wird sogar mit Mac ausgezeichnet, also auch Programme und so. Hier haben wir das schöne Stück. Schön in Knallpapier. Wenn ihr es sehen könnt, das ist das schöne Stück. Vorerst muss ich noch sagen, das soll kein Product Placement oder so werden. Es ist einfach nur Unboxing von Dingen, die wir uns kaufen. Das sind bei allen Unboxings so. Also nix Product Placement. Wenn dann halt irgendwie doch irgendwas anders ist in den Videos, dann wisst ihr schon, dass es das, was ich gekauft habe und angebuchst habe, nicht mehr so schön ist. Ja, so. Also das ist die Kamera. Ich stelle mal da hin. So, dann hier noch mehr. Pappe. Pappe und Pappe. Irgendwie geht das los. Hallo? Ah! Pappe. So, jetzt kommen die ganzen Kabel. Zuwitterteile. Kabel. Akku. Mit meiner Magotte. Netzgerät und Stromversorgung. Ja, das ist das schöne Stück. Ja, viel zu sagen gibt es dazu nicht. Außer, dass es halt einen Dual-Kamera-Modus, also einen Twin-Kamera-Modus gibt. Also der hat hier an der Seite, wie man das sehen kann. Hier hat er noch so eine kleine Kamera. Ähm, hier. Hier ist nochmal eine Kamera. So. Kann man es jetzt? So. Kann man es jetzt? Also, das kann man auch so machen, dass die Kamera hier so ist. Da hat man zwei Kameras, das ist dann Bild in Bild. Kann man auch mit einer App an Handy, soweit wir wissen. Ähm, ob das funktioniert, wissen wir nicht. Müssen wir noch ausprobieren. Aber ja, das ist das. Das ist unser Twin-Kamera-Modus. Ähm, Full-HD natürlich. Ähm, dann haben wir hier noch eine Speicher-Karte. So. Ähm, dann bauen wir das Ding mal zusammen. So, jetzt haben wir die Kamera ausgepackt. Haben Batterie rein, SD-Karte rein. So, jetzt sagen wir euch mal, was dabei ist. Und zwar eine Batterie, ein Netzteil-USB-Adapter für Strom, ähm, ein dazugehöriges USB-Kabel. Ähm, dann noch dieses USB-Lade-Kabel. Also, das ist, um einen Computer zu hängen. Und das ist zum Laden. Und ein HDMI-zu-Mini-HDMI-Kabel. Wenn man das hier so sieht. Mini-HDMI-HDMI. Und ja, das war's alles. Haben wir jetzt mal schon ausgepackt. Und natürlich tausend x-beliebige Anleitungen. Was halt bei Panasonic irgendwie üblich ist. Besser gesagt bei jeder Kamera. So. Jetzt stellen wir die Kamera noch kurz ein. Es ist Touchscreen. Supi. Ähm. Am Anfang wird, wenn man einschaltet, gefragt, yes or no. Wollen Sie Geräte einstellen, bla bla bla, Standort und Datum. So. Dann sagen wir jetzt mal Standort. Äh. Berlin. Ah. Enter. Das ist glaube ich jetzt Clock Set. Da muss ich jetzt kurz mal. Ähm. Wir haben den Donuts da. Wir haben den. Das ist auch nicht besser. Äh. 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 Nein. Nein. Das ist U. Nein. Das kommt jetzt auf U. Ähm. Hier. Den 20. August. Also 20. 20. Achten. 20. Achten. Ja natürlich. Ich bin schon im Neunten. Also. Äh. Also. Ne. Das ist. 20. Das dauert ein bisschen. Das dauert ein bisschen. Drück länger drauf. Ah. Ja. 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 Und hier noch. Ja. 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 Wir haben es. Ah. Geh da hin. Ähm. 20 Uhr. Äh. 20 Uhr. Ja. Bis 20. Das ist nicht so leicht. 20. Ähm. Jetzt genau anders. Super. So. So. Dann machen wir hier mal. Enter. Glocksetting. Glocksetting. So. Dann. Auf Home. Und da sieht man's. Da sieht man mein Gerümpel da hinten. So. Und. Das ist die Kamera die jetzt gerade aufnimmt. Die da. Wir mussten jetzt gerade nochmal aufnehmen weil. Hehehe. Speicherkarte war hier formatiert. Hehehe. So. Ähm. Mich seht ihr jetzt im zweiten Bildschirm. Der hier äh. Hallo. Ich bin hier. Ähm. Ja. Hier in diesem kleinen Rechteck. Das ist die zweite Kamera. So. Äh. Ja. Das war's von diesem Unlocking. Mehr gibt's dazu eigentlich nicht zu sagen. Und ja. Ähm. Die orangenen Buchstaben sind böse. Und geldgeil. Äh. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.